hallo hier ist der martin von mangelbank ist dass die dachsanalyse für donnerstag den 23.4 und ich habe besser geschlafen als am vortag und unser dachs hat offenbar auch ein bisschen zu viel geschlafen den war heute ganz schön schläfrig zumute der hat echt gechillt einfach nur seine bewegung abgespult die wir hier noch im chart eingemalt hatten und darüber hinaus halt mal richtig gar nichts hingekriegt also so so wenig bewegung haben wir schon lange nicht mehr gehabt da dürfte der eine oder andere verwundert auf die volatilität geguckt haben muss man sich immer ein bisschen noch mal vor augen rufen die volatilität dieser vdachs v stocks und so weiter die richten sich nicht nach der intraday bewegung sondern die richten sich nach dem abstand der optionen die gekauft und verkauft wurden beziehungsweise die die im und aus dem geld liegen das heißt es kann auch sein dass der ganzen tag auf einer stelle stehen bleibt der v stock sich aber kaum verändert weil ja der markt die distanz zu den optionen nicht anpasst und damit eben dort die berechnung nicht passen kann eine kurze hin kurzer hinweis noch zu dem was wir gestern hier ausführlich gemacht haben alle das ja ist doch ein bisschen mit mir durchgegangen ich habe mich im nachhinein sehr geärgert dass ich überhaupt gesagt habe das video weil ich natürlich auch angst habe dass jetzt ein paar leute die einfach auf fragen haben sich dann einfach nicht trauen und ich merke das ja auch jetzt schon dass leuten schwerfällt bei uns im chat eine frage zu stellen die trauen sich nicht die schreiben mir die lieber per mail sie dürfen halt nicht vergessen sie suchen sich eine nickname aus und alle anderen sehen halt nur den nickname mir persönlich ist wichtig dass ich auch ihren richtigen namen kann damit ich einfach weiß mit wem ich zu tun habe aber sie können sich nicht nur im aussuchen stellen sie ihre fragen es gibt keine dummen fragen aber bitte sie müssen fragen also wer wer beim trading anfängt glauben sie ich würde nicht hier stehen wenn ich nie irgendjemanden gefragt habe ich bin jedem auf den sack gegangen ich habe damals auch hier weltbekannte dark star analysten mir mal angeguckt gehabt war mega unzufrieden mit dem was die dort gemacht haben habe da auch gefragt nie eine antwort gekriegt und die haben immer gesagt also damals wollte ich nie einen eigenen dienst haben also es war für mich unvorstellbar dass es solche leute gibt aber man ist dann irgendwann selber reingewachsen und reingeschubst worden und ich möchte das nicht so ich möchte das wirklich jeder bei uns auch auf fragen beantwortet kriegt und das auch anfänger und selbst die dümmsten anfänger fragen dass man die einfach beantwortet weil das ist wichtig man weiß es am anfang nicht was ist bullig was ist berg was ist long was ist short wie oft habe ich das verdreht wie oft habe ich das die falsche orte eingetippt anstatt hätte ich vorher jemanden gefragt hätte es mir geholfen also fragen sie ruhig dass ich wollte sie nicht verschrecken wirklich ich wollte sie bloß bitten dass sie das eben zentral über unsere über den chat machen einfach auf der plattform das wurde mir viel arbeit abnehmen darum ging es eigentlich alles zusammengefasst die letzten die die ersten zehn minuten aus dem letzten video in einer minute zusammengefasst jetzt gucken wir kurz auf den dax noch drauf vielen brauchen wir gar nicht erzählen denn ja sehen sie selbst der ist einfach seine 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 linie hier noch abgelaufen ist jetzt hier hoch gekommen ans mittlere band ran das war so weit erwartet das heißt hier kommen jetzt erstmal cut machen können sagen gut das ist durch dass das szenario ist abgelaufen ein oder andere wird sich jetzt die hand vors gesicht schlagen und wenn ich sagen wenn ich wie einfach war es denn gewesen wenn man im tagesgeschäft dann so drin ist kriegt man es doch manchmal gar nicht so mit aber müssen jetzt hier so ein paar sachen besprechen das was er gemacht hat der dax das ist eine das ist schon im grunde eigentlich eine bärische flagge also das ist unheimlich langsam unheimlich träge unheimlich schwache bewegung aufwärts sie ist aufwärts gerichtet aber da muss man aufpassen wenn da jetzt dynamik kommt und dynamik kann schon bei nur der ersten acht uhr kerze kann die schon losgehen das heißt wenn jetzt hier eine rote stunden kerze kommt die erst mal mindestens die letzten 1 2 3 stunden einkassiert dann ist das dynamik so und dann bricht diese bären flagge und dann sehen wir den dax hier wieder unten im bereich um 280 280 250 vielleicht sogar 230 200 sogar also das würde ich zum donnerstag ruhig mitnehmen hier dass er auf der unterseite ein bisschen platz nehmen kann einfach aus dem grund weil diese diese anstieg wenn kaufpanik ausbricht wenn die leute angst haben dass sie irgendwo noch mitkommen dann drückt den markt nach oben da kommen sie nicht mehr rein hier sind sie ja fast eingeschlafen wenn sie hier gekauft hatten da hat man ja schon nach nach zwei stunden gar keine lust mehr seine position auszusitzen weil man zwei drei punkte vorne ist das ist nicht zwingend ein signal dass es fallen muss also es ist für mich kein grund in dem moment jetzt hier zu sagen okay der steigt zu langsam ich gehe jetzt short sondern ich würde wirklich warten kommt dynamik nach unten gibt es jetzt rote stunden kerzen die mehrere grüne vorherige kerze mit einmal schlucken wenn ja kann man schon probieren stop drüber werfen also das ist jetzt so wie man mit so musste einfach umgehen kann und wie gesagt platz wäre hier noch mal bis an den unteren rand vom vom dienst mittwoch hat man bis an mittwoch an den unteren rand vom mittwoch an aber auch so durchaus also 330 bis 280 ist der erste bereich ne und dann haben wir die 230 und die 280 eher sogar vielleicht 200 das sollte man unterseitig einplanen wenn rote kerzen kommen was passiert aber wenn keine roten kerzen kommen dann drückt es sich raus der sack macht er dann geht er hier hoch geht er an die 570 570 600 so und dann steigt er rüber und macht ihr alle platte die er platt machen kann weil dann rennt er nämlich oben raus dann nimmt er sich seine deckung jetzt wo keiner mehr long drin ist weil alle die die long drin saßen ihre trades schon beendet haben weil die ewig nicht anlaufen sind und das machen die meisten privaten dann immer so die nehmen dann einfach raus weil die das eben nicht können einfach bildschirm ausmachen und weggehen und dann sind die alle hier raus das heißt er hat gerade wenige long drin alle genervt sind und schon realisiert haben hat vielleicht sogar viele fort reingelockt die keine gelegenheit hatten ihre position wieder raus zu nehmen weil die ganze zeit nach oben gelaufen ist und dann hat er nämlich die leute genau wie er sie braucht und die kann er schön nackig machen weil er weiß die shorts die fliegen alle erst hier oben dann raus das heißt er kann schön durchziehen kann schön bewegung machen und er kriegt richtig ne das ist das ist wie so wie wenn wir uns vorstellen sie sind ein hund und ihr herrschen steht da und wirft ihnen decker lies so und jetzt wissen sie genau wenn sie dem herrschen kräftig ins bein beißen dann fallen alle leckerlis runter und sie können die alle auf einmal essen das ist der dachs wenn der jetzt hier ich kenne keinen hund der das so machen wird aber der dachs macht es so der beißt ihn ins bein an fällt in die leckerlis tüte runter und er holt sich alles was er holen kann also muss man aufpassen wenn der nach oben anzieht jetzt weil diese vorlage dieses 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 vorbereiten das ist typisch für tage wo der dachs durchziehen kann ehrlich das das macht so was haben wir häufig an richtigen vor richtigen trendtagen ist sowas recht üblich in die eine oder in die andere richtung weil er sich die leute vom leib schafft halt ne oder in eine bestimmte richtung vorzwingt durch verhalten also das ist das ist schon das ist nicht willkürlich was er hier gemacht hat das kann das kann schon deutlich gegen ihn oder gegen sie hier wirken ja das das soweit auf der oberseite das soweit auf der oberseite die idee das soweit auf der oberseite die idee und ja 570 590 600 ich denke das wäre am ersten erreicht dort müsste man schauen kommt dort eine umkehr rein kann man das auch sogar short probieren aber das wird schwer der schafft es bestimmt dann nicht wieder runter aber da muss man muss man gucken wie er kommt halt 9.30 kommen einkaufsmanagerindex in deutschland oder irgendwie sowas müssen wir noch ein bisschen aufpassen ja ja wer kann ich ihnen gar nicht mitgeben ne also schauen sie sich das ein bisschen an gucken sie wie er treibt haben sie ein bisschen im hinterkopf der kann richtig durchziehen auf der oberseite jetzt ne jetzt wo er sich hier alle vorgelegt hat aber kommt dynamik auf der unterseite kommen rote kerzen die mehrere grüne verschlucken ich würde ich würde ein bisschen versuchen unten raus mit zu begleiten den dachs dann ja und das ist eigentlich alles was ich ihnen jetzt hier mitgeben kann richtige verkaufssignale bekommen wir erst tatsächlich dann unter 230 unter 230 unter 200 kriegt man die deswegen sind die pfeile hier auch berechnet können wir drin lassen wird wahrscheinlich für den donnerstag noch nicht relevant weiß ich nicht glaube ich nicht das hat hat dolle entschleunigt ne zum wdi haben wir auch gesagt der dürfte fertig haben ne da ist auch im brennt und im wdi ist gut was zurückgekommen wieder die ersten bürger haben auch wieder ihre kurse reingestellt da sind ja einige ausgestiegen ne die haben einfach keine kurse mehr dann hingestellt ja also es beruhigt sich die situation beruhigt sich ähm volatilität das hat man an der volatilität auch gesehen ne die lage ist schon ein bisschen ruhiger und das ist eigentlich eigentlich ist es schon typisch für für bullenmärkte es ist sehr typisch für bullenmärkte diese diese ruhigen entspannten bewegungen diese stabilität häufig dann aufwärtsgap dann wieder einen ganzen tag zur seite kleine punkte spannen ne ganz typisches bullenverhalten aber trotzdem ne wenn die bären das auskundern er hat halt nicht viel punkte gewinnen können das ist es ist es ist kein punkte sieg ne das ist eher mehr ein ausdauersieg gewesen hier deswegen muss er aufpassen weil wenn jetzt hier eine rote kerze hinkommt dann ist alle ausdauer scheißegal dann ist das ist spricht gegen ja also da ein bisschen gucken donnerstag starken schlag zur seite deswegen planen sie ruhig kräftige gegenbewegung ein an den stationen um ein bisschen vorsichtig sein also auf der oberseite wirklich umkehrsignale richtig umkehrsignale abwarten denn haben sie das immer wieder im hinterkopf was ich sage bringen sie sich ein ich wiederhole auch nicht weil ich auch eine behinderung habe das jetzt zum vierten mal schon nein das ist wirklich wichtig wenn der oben raus steigt der kann hier wirklich durchziehen das ist eine vorlage um einen richtig langen trendtag zu bringen also da einfach aufpassen dass sie nicht gleich früh im ersten schub sich fort verhängen wenn sie so und so von sich wissen dass sie auch so was schlecht wieder rauskommen weil sie nicht oder selten bereit sind verluste zu realisieren aufpassen kann ins auge gehen der kann ich durchdrücken ich finde im bereich um 570 600 interessant aber der kann auch der kann auch durchaus höher gehen ja das oberseite und unterseite haben wir besprochen tagesschart brauchen wir nicht gucken das müsste eine kleine doji kerze oder was ganz kleines sein ja inside inside kerze also in der kerze im kerzenkörper der vorherigen ist allerdings hier schon relativ ist 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 an den tages hoch ist an die tageseröffnung der vorkerze zurückgegangen ja also das würde auch nach oben voll den raum öffnen sogar bis 900 hoch 10 985 würde hier aus dem tagesschart jetzt platz geben wenn er oberhalb von 470 weiter treibt deswegen passen sie gut auf auf der oberseite wenn er durchdrückt hat er viel schwung er kann da viel platz wahrnehmen alles was auch so stundenschluss über 470 geht würde schon sagen eher eher long potenzial risiko nach oben dann und unterhalb lassen sie lassen sie ein bisschen anfallen dass man ein paar stunden kerzen erstmal drin stehen hat jo mehr kann ich gar nicht mitgeben das war's schon dann drücke ich ihnen die daumen wünsche ihnen viel erfolg und wir hören und zum morgen wieder tschö